und machen uns noch mal auf nach damensee wir verschaffen uns noch mal zugang zur cats corner ich kann das nicht so auf mir sitzen lassen dass wir halt serviz dings noch nicht gefunden haben es ärgert mich richtig so kätzchen lass uns mal gucken wer so guckt yes we have lass mich durch ich bin durch so mit dir durften reden nein wir möchten cats corner nicht ich habe verlassen gedrückt so ähm kiste die katzenkappe dann speichern wir hier noch mal das ist ein whole bunch of norman we found yes an abnorman amount but i gotta say their abilities really are helpful why does everyone leave them alone yeah you'd think there would be droves of seraphim asking for their help long ago there was in fact an enormous demand for them they were booked up for months at a time so why are they just wandering around now one day their leader well their leader ish person rose up against the extreme work conditions demanding autonomy for norman seraphim plus a significant raise in wages he called on the other norman to join the fight for independence a norman revolt were there many casualties none the only one pushing for independence was the leader ish fellow the others were simply like well we don't mind helping but it'd be real sweet if we could get maybe a 300 year break between crunch time and that was more or less that so easy going but that's norman for you and what happened to the leader well that's a whole nother after a protracted battle with another seraph he lost and was never seen again or so the story goes huh so norman have their own history too lila i get but you sure know a lot about norman edna you really must like them a whole i just hear rumors that's all ich glaube wir müssen öfters mal ins gasthaus gehen da gibt es ja immer wieder neue geschichten okay ein speicherpunkt haben wir ja hier nicht wie es aussieht aber hier gibt es noch mal welche mit ausrufezeichen die sorglosen gespräche deiner kätzchen tage weißt du erst zu schätzen wenn du älter geworden bist miau aber das heute wird ja schnell zum gestern selbst unser gespräch jetzt kann zum schatz von miau gegen werden wähler eine kategorie aus wissen ich denke ich verstehe wo ich diese wehrte fühlte ich habe das wehrte fühlte ich konnte dieser prüste erwähnt als zu purifieren hier kann man sich die ganzen äh sequenzen noch mal anschauen aber warum fehlen uns so viele von den neben dingern und auch von den hauptsachen fehlen uns so viele okay gedanken anstoß hat man hat man tatsächlich schon mal ja warum haben wir so wenig diese geheimnisvolle maschine hat die macht uns ereignisse aus vergangener zeit zu zeigen ach hier kann man sich dann die filme ansehen okay die unterwerfung des drachen schaut mal hier sind noch hier sind noch voll viele videos über ich glaube nicht dass das denn schon der letzte kampf sein wird oder faszinierend okay und da gehen wir noch nicht rüber aber es gibt tatsächlich tatsächlich keinen speicher punkt hier und hier versteckt sich eine katze die was wird man was haben wir hier beim letzten mal gekauft ich glaube trank des lebens kann man ein paar mitnehmen den die waffe hier ist auch weg er hat anderes angebot als beim letzten mal das ist interessant und den panzerring würde ich auch mitnehmen obwohl drei davon haben wir im besitz dann nicht dann nehmen wir einfach nur die tränke nehmen uns das kraut und verschwinden wieder bis wir mit einem gegner level 108 klarkommen level 108 krass wie gesagt so ein speicher punkt da direkt in der ecke das wäre schön weil jedes mal so weit laufen glaube tatsächlich das ist der geheime mega bus dieses spiels gibt es ja doch immer mal in solchen rollenspielen dass man irgendwo um boss hat der viel viel stärker ist als alles was man in der haupt story findet ich erinnere mich da gerne an final fantasy und die ultima weapons so was haben wir denn jetzt noch über lass uns wieder diesen turtles aufspüren ach das habe ich ganz vergessen er sollte in katz corner sein oder ja das macht man jetzt nicht dann bleibt nur noch etna oder dann bleibt nur noch die etna mission wir speichern hier und dann teleportieren wir uns so wie heißt denn die ecke das war irgendeine höhe der falken kam und gibt wir nähe dürfen wir gar nicht mehr wir können nur zum berghang ok könnt ihr schon mal wieder ein zeichen sein dass da irgendwas auf uns warten wird genau da ist jetzt ein ausrufezeichen wunder wunderbar so lasst uns hier mal kurz den baumstamm mitnehmen da machen wir gleich ein gefährliches treffen draus welches level seid ihr auf 75 oh das ist gut bei euch kann man trainieren oh und über und es ist das ist das ist so das war das war ich bin es ich bin ich bin Ich bräuchte mal ein bisschen Erdeangriff. Holen wir uns mal die Ätna dazu und einen wunderschönen guten Tag, ja, Sub. Na, alles schick. Klar und selber, na, weißt du doch mittlerweile schon. Knie kaputt, Muskelkater, gestern Bullen gewesen, körperlich völlig im Kupo. Wow. Oh, achten Sie bitte auf unsere Leben. Aber ganz flott, Rose, mach ne Heilung. Danke. Meine Güte. Was war denn da plötzlich los? Ich sag doch, diese blöden Magier können richtig austeilen. Können wir die bitte zuerst nehmen, die Droiden? Oh, oh. Danke. So, ist die Laila soweit? Komm, Laila. Komm, Laila. Na, rein Heilung, Mensch, Mikkel, aber du so alles kannst. Hast du einen Kampf, meine Güte. 932 Erfahrungen. Ein Kaleidozepter und Adamantinstiefel. Oh, la, wie weit viel. So, wie sieht's lebenstechnisch aus? Äh, bei den anderen ganz gut. Ich brauch ein bisschen was. Wie viel heilt sie denn eigentlich? Na, so 80. Bam. Weg mit den Steinen. Steine haben mich schon immer gestört. Ach, den kann man gar nicht. Und hier treffen wir jetzt etwas Bruder. Wie, warum sind wir hier? Was sind wir nach? Well. Wir werden die Aizen töten. Wait. Was ist unsere Promete? Sorry, aber ich muss meine Promete mit ihm. Ich habe meine Honour, duißt. Ich verstehe. So, du hast es herausgefunden. Du hast es herausgefunden. Du hast es herausgefunden, dass der einzige Weg zu retten, ist, dass mein Bruder zu retten, ist, wie wir die Heldolfe zu retten. Ich sollte so viel wissen. Es gibt keine andere Weg, um einen Dragen zu retten, als ob ihr ihn verletzt. Es gibt es, wenn du ihn zerstörst. Edna. Es ist okay. Es gibt nichts, dass jemand so etwas tun kann. Ich habe immer wissen, dass es wirklich war. Er ist nichts, aber ein Monster. Ein Monster, der viele Menschen und Seraphim verletzt hat. Er ist so weit weg, er hat mich nicht mehr erkannt. Aber ich habe immer noch aufhören. Ich konnte nur nicht auf die Möglichkeit, dass er zurückgezogen, wie er war. Ich habe mich auf diesen Schmuck des Geist für hunderten Jahre. Ich wusste die Wahrheit in meinem Herz. Aber ich konnte nur nicht aufhören meinen Bruder. Ich weiß, dass wir ihn töten müssen. Sobald er ist, er ist noch alive, ich... Wenn ich ein Dragen bin, werde ich mich verletzt. Ich will nicht, Edna, für ihn. Huh? Huh? What does that even mean? That's so selfish of him. Leaving on a journey without me, becoming a dragon without telling me, didn't he even think about how lonely I'd be without him? Aizen, I... I want to see you again! I said... I hope Edna is for this fight, right? Oh man. What do you want to do, you dover Droids? Begone! Phantasm Flash! I need a hand! That's it! Lose Ralph Relay! Sweet dreams! Ocean Blitz! Break on through! Spirit Cleansing! Molten Wall! Blue Flurry! Hang on everyone! Asher Assault! Release my spirit! Breakdown! Roter Seilball! Ah, die arme Edna, ey. Da gehen wir jetzt los, um ihren Bruder zu töten. Und da oben? Steht doch irgendwer. Ein Turtles! Das war die schon immer hier. Tottsache. Ähm, Trank des Lebens nehmen wir nochmal mit. Er hat jetzt plötzlich auch wieder das Topaz-Schwert im Angebot. Speer des Drohnen-Todes und Topaz-Papier. Das nehmen wir auch mal mit. Ähm, Topaz-Pendel, weiß ich nicht. Steht nicht dran. Ach, uns fehlen gerade tatsächlich, ähm, nicht nur Edna, sondern auch Savid. Nimmt nicht an diesem Kampf teil. Okay. Na, das wird, äh, spannend auf jeden Fall. Oh, ich hoffe, ich hab mir das gut überlegt hier. Is Savidus waiting for us? Man, you guys really are a bunch of morons. Weren't we always? Please don't carry the burden alone. Man, what a bunch of idiots. I can't believe you're dragging yourselves into this mess. You said it. You can grab onto me if you're scared. Yeah, keep dreaming. You say that now. Let's finish this. Right here, right now! Da ist er, der Eisen. Level 88. 82.000 Leben immun gegen Feuer, Erde und normal. Sehr anfällig gegen körperlich, ne? Das ist, glaube ich, noch nie so richtig. Also, man muss auch sehr ruhig, ne? Oh. Wow. Immer schön auf die Leben aufpassen. Er kann hart austeilen. So, haben wir bald? Nee. 11.000 Leben sind erst weg. Aim and fall. Dang it. All together. Blue flurry. Breakdown. Azure Assault. Blue flurry. Everything okay, Sabine? Azure Assault. Let's get some speed up in here. Here it come. Breakdown. I need a hand. Quickness. Burst. Breakdown. Break on through. Burst. Let's get some speed up in here. Spirit cleansing. Elixir Vitae. Warum denn mal auf mich? Breakdown. Azure Assault. Everything okay, Sabine? Pierce the skies. Arrow squall. Drag you down. Maelstrom. Three to come one. Trinity Arrow. Open the floodgates. Bubble Arrow. Yeah. Burp. I need a hand. Spirit cleansing. Elixir Vitae. Watch your health. You feel it? Burst. Uh, es geht hier so langsam los mit mir. Winner. Böttchen, wir brauchen Leben. Was du, da, äh, gönne ich mir tatsächlich sogar mal ein Apfelgummi oder irgendwas. Breakdown. Let's get it. Break on through. Blue flurry. Blue flurry. Ocean blitz. Break on through. Blue flurry. Breakdown. Break on through. Mal den Burner runter. Blue flurry. Break down. Let's try our best. Unleash your hidden power. Pierce the skies. Embewe. Aeroswall. Drag you down. Maelstrom. Drag you down. Maelstrom. Drag you down. Das interessiert ihn einfach so überhaupt nicht, wenn er in meinem Zauber drin steht. Das ist so geil. Ähm, Rose, könnt ihr bitte nochmal... Äh, jetzt ist es zu spät. Drag you down. Drag you down. I think you're hidden power. Don't push yourself, Lila. Nope. Drag you down. Maelstrom. Edna, du machst das schön. Ah, 55.000. Hältst Hammer. Drag you down. Maelstrom. Ha ha ha. Nope. Maelstrom. Drag you down. Maelstrom. Spirit cleansing. Burst. Break down. Break on through. Open the floodgates. Bubble arrow. Uh oh. Break down, Rose. Drag you down. Maelstrom. Maelstrom. Rose, get back. Bubble arrow. Pierce the skies. Arrow squall. Drag you down. Maelstrom. Three become one. Trinity arrow. Edna, be careful. Spirit cleansing. Elixir pate. Drag you down. Maelstrom. That was my chance. Ups. Da kamen wir nicht schnell genug weg. Edna, weg da. Stehen die ob genau da drinnen, die doofen Weiber. Ocean Blitz. Azure assault. Pierst the skies. Arrow squall. New Flurry. Breakdown. Ups. Drag you down. Maelstrom. Drag you down. Maelstrom. Edna, be careful. Da war die Edna weg. So, kriegen wir jetzt Zavid. Da fährt zwar mal eine Heilung raus für die Beben da drüben. Oh, Luft war nicht da wieder genau davor. Oh, Luft war nicht da wieder genau davor. Ocean Blitz. Oh, Luft war nicht da. Oh, Luft war nicht da. Ocean Blitz. Azure assault. Everything okay, Zvi? Breakdown. Azure assault. This is bad. Watch your head. Oh, 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 oh. Spirit cleansing. Elixir pate. Bisschen unsere Leben im Blick halten. Elfter haben wir. Ah, sehr gut. Super ausgewiesen. Also, Söte, wenn es so gut ist, wenn es so weitergeht und nicht irgendwas Unerwartetes passiert, sollten wir ihn eigentlich kaputt kriegen. Es dauert halt nur ewig lange, ne? Ah, genau sowas sollte man vermeiden. Ah, Feuerarten, da gehen wir doch mal wieder ein bisschen weg. Oh, rota. Ups. Rose, wo bist du hier? Und wo sind meine Leben hin? Da kommt noch ein Erdbeam. Das galt aber nicht mir. Seitz Ero, Ocean Blitz, als du ein Assault hast! Blau Flurry! Genau immer schön ran ihn auf den Meter, um ihn mit dem Bogen anzubreifen, also manchmal freie ich mich auch. Seitz Ero, hier geht's! Burst! Ocean Blitz! You feel so present! Pierce and explode! Break on through! Aim and fire! Break down! Break on through! Drag you down! Drag you down! Maelstrom! Spirit cleansing! Break down! Break on through! Burst! Ocean Blitz! Break on through! Feel in the pump, huh? Concentrate! Ocean Blitz! As you're in Assault! Oh, er hat ja... Hm, geil, irgendwie mir. Ocean Blitz! Break on through! So, mal ein kurzer Zwischenstand, 27.000 Leben! Blue Flurry! Ocean Blitz! This doesn't look like time! Blue Flurry! Break down! Concentrate! Here it comes! Break down! Break on through! Blue Flurry! Oh, voll auf den Kopf treten lassen! Oh, 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 oh! Was ist denn jetzt los? Was ist denn jetzt los? Oh, Vorwicht! Das war knapp! Das war mega, mega knapp! Blue Flurry! Drag you down! You feel it? Mel, drag you down! Burst! Break on through! Blue Flurry! Na, überleben sie es? Ne. Ich wollte gerade nämlich noch ein High-Item rauswerfen, aber das hätte sich dann auch gar nicht mehr gelohnt. Dann halten wir uns lieber. Break on through! Und warten einfach ab. Blue Flurry! Ocean Blitz! Edna ist ja schon wieder da mit vollem Leben, Gott sei Dank. Break down! Break on through! Oh, voll auf den Kopf! Blue Flurry! Ocean Blitz! Blue Flurry! Ocean Blitz! Azure Assault! Blue Flurry! Ocean Blitz! Azure Assault! Burst! Ocean Blitz! Break on through! Burst! Ocean Blitz! Dang, pull together! Blue Flurry! Ocean Blitz! Azure Assault! Blue Flurry! Blue Flurry! Na komm! Ocean Blitz! Azure Assault! Was steht? Was steht denn bei ihm eigentlich als Hilfe dran? Das ist also ein Drache. Ich bin wirklich beeindruckt. Es muss einen geben, wie wir es schaffen können. Ich weiß es. Ja, besiegt 0, Eisen, Fokus 4600, Angriff 2800 und die normale Verteidigung nur 470. Uh, Vorsicht! Uh, Vorsicht! Ocean Blitz! Break on through! Burst! Breakdown! Azure Assault! Burst! Aber 2800 Angriff ist halt auch schon mal eine Ansage, ne? Hätte ich auch gerne. Breakdown! Break on through! Merp! Spirit Cleansing! Elixir Fatay! Pierce the Skies! Aero Squall! Oh, Victor! Burst! Ocean Blitz! Asher Assault! Burst! Breakdown! Break on through! Burst! Edna, be careful! Burst! Breakdown! Asher Assault! Concentrate! Too close! Break down! Und, da liegt er auf dem Boden. Leider nicht lang genug. Und, sonst so bei euch? Regnet's schon? Hier wird doch irgendwas bei euch zu sehen. Oder, dreiner Sonnenschein. Rump. Das ist für dich Rose. Drag dich Richtung! Nail Strong! Time to get up zum Zug diabetes! Nails Trump! Concentrate! Drag dich auf! Faster, strong, oder, harder, besser. Nails strong! Breakdown! Ich gebe mir in diese Zeit! Wenn du dann diese Zeit haste! Spirat Cleansing! Elixir Fatay! Fühlig noches, kerner��är! Hörbar arbetar! Oh, ich probiere ihn. Warte, das war ein Aufruf. Das müssen wir so machen. Ich habe noch keine Punkte, Edna. Oh, meine Lieben. Ich bin tot. Edna, hol mich zurück. Edna. Ach, kommt, Leute. Kann mich mal wer zurückholen, bitte? Ach, Edna. Okay, jetzt müssen wir auf die Edna warten. Können wir es nicht einfach so machen? Rose, geh zurück! Ja! Ready? Let's try our back! It's over! Unleash your hidden power! I'm in a tight spot! Laila! Petite? Concentrate! Rrrr! Something for Laila! I will try our back! Are you thinking, are you happy? Kein Schaden mehr durch, ne? Eyes on the prize! I got you! Unleash your hidden power! Oh, falsche Taste. Definitiv die falsche Taste. Jetzt machen wir nicht so einen Kack auf deine letzten 2000 Leben. Lord of Water! Spirit cleansing! Elixir reset! Hm, dann halt so. War ein bisschen lahm. Edna, nicht sagen Sie nichts. Ich denke, ich verstehe. Ich bin sorry, es dauert so lange, Eisen. Das war's jetzt einfach so? Die antike Kugel Kun erhalten. 6000 Erfahrung und 44.000 Galt. Und das Grab auf dem Berg. Wir machen was wir können. Ich weiß, es war nicht so viel. Ja. Du hast das richtig gemacht, Sarei. Du bist so schwer auf dich. Ich werde gut. Du bist so schwer. Ich bin sicher, er ist glücklich mit dem Ergebnis. Und du? Ich auch. Du bist so schwer. Aber Edna wahrscheinlich braucht ein bisschen Zeit. Ja. Sie hat es schon seit 100 Jahren verletzt. Edna ist vielleicht ein Crybaby, aber sie ist so schön wie ein Diamant. Aizen hat das gesagt? Wir haben es gesehen für uns selbst, nicht wahr? Ja. Ja. Du bist richtig. Du bist so schwer. Untertitelung des ZDF, 2020